Hallo zusammen, wir sind das Rekrutierungsteam von Mercy Chips Schweiz. Ich bin Janina. Ich bin Jessica. Wir waren schon mal auf einem Einsatz auf der Africa Mercy, und zwar Ego-Sental-Assistentin und Spiessaal-Mitarbeiterin. Und ich als Gally Staff. Wir wissen, wie es ist, durch den ganzen Prozess durchzugehen, und darum zeigen wir dir hier im Video Fragen und Antworten auf. Was sind die Voraussetzungen für den Einsatz an Bord? Du solltest 18 Jahre sein und bei guter Gesundheit sein. Englisch gut reden können, und zwar empfehlen wir das Niveau B1 und auch bereit sein, deine Kosten selber zu bezahlen. Und was sind die Kosten? Bei einem Einsatz von weniger als einem Jahr zahlst du 400 Dollar pro Monat. Bei einem Einsatz, der länger als ein Jahr geht, zahlst du 200 Dollar pro Monat, die Kosten und Logis an Bord abdecken. Dazu kommen dann noch die Kosten für die Impfungen, für das Flugticket und für das Taschengeld, das du brauchen wirst. Und wie lange ist mindestens die Einsatzdauer? Positionen variieren zwischen zwei Monaten und zwei Jahren. Im medizinischen Sektor ist es aber bereits schon ab zwei Wochen möglich. Wenn ich keinen medizinischen Hintergrund habe, kann ich trotzdem einen Einsatz leisten? Ja, das kannst du. Wir brauchen Freiwillige in unseren dreien Sektoren. Sei das im Technischen, aus Elektriker, aus Schreiner oder aus Rezeptionist. Im Allgemeinen aus Küchenmitarbeiterin, Spiessalmitarbeiterin oder aus Coiffeuse. Und im Medizinischen aus Zahnarzt, Diplomierte Pflegefachkraft und viel mehr. Wenn ich mich bewerben will, wo und wie gehe ich vor? Viele Informationen zu unserer freiwilligen Arbeit findest du auf unserer Webseite. Wenn du aber schon bereit bist, deine Bewerbung zu starten, darfst du auf opportunities.mercyships.org gehen. Der HR der USA wird dann mit dir in Kontakt treten und wird dir Bescheid geben, wenn sie deine Bewerbung angeschaut haben, werden dir Daten geben oder werden dir sagen, dass du auf der Wartenleiterste bist. Wegen diesem empfehlen wir dir, dass du dich ca. 6 Monate vor einem Einsatz bewerben. Willst du mehr über all das wissen? Dann bin ich sehr gerne für dich da, um deine Fragen zu beantworten. Oder komm doch euch vorbei an nächsten Info-Aben. Hey, bewirte dich und bist dabei, wenn wir einen Unterschied in Afrika haben. Bis zum nächsten Mal.